ja komm wir machen wir machen uns gerade mal ein paar kisten fertig dann transportieren wir nämlich alles raus so dann haben wir 13 kisten das sollte genügen das nehmen wir uns auch mit ein bisschen was zu essen nehmen wir uns noch mit und verarbeitet er das jetzt ja macht er sogar wieder zurück in kakteen ja ne bist du denn noch stark genug gucken wir uns mal an nein er hat nicht mehr geschafft nach ist egal so aber frisch gestärkt geht es wieder ans werk und dann weiter so spring 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 flieg flieg nein über unseren weg wieso wächst hier gras was soll das mehr hat er gesagt hat doch das gehört ich habe nur leider keine zeit mich mit dir zu unterhalten tut mir leid ich habe hier noch was vor denn ich werde jetzt hier einfach wie blöd ein paar kisten aufstellen und das ganze zeug darüber transferieren und oh moment kämpfen kommen alles einmal rüber was wir hier nicht brauchen oder erstmal generell alles und dann später gucken wir was wir gebrauchen können ob das denn reicht weiß ich gar nicht packen wir alles hier rein gibt es nicht ein befehl die ganze kiste ausleeren gibt es bestimmt kenne ich nur nicht so dann haben wir hier alles drin dann machen wir hier weiter wunderbar gut was nehmen uns mit das und das nehmen wir mit das nehmen wir mit das das und das und das und das und das und das und das natürlich ganz wichtig und das und ach komm der rest bleibt da erstmal drin und dann können wir dich einfach so abbauen wir können uns so gut dann ach ne moment ich will noch mal eben was anderes machen oder eher mitnehmen ich brauche doch noch mal so eine so ein diamantene sortierpipe ja gut gut und es ist schon wieder nacht oder immer noch ich habe glaube ich dauerhaft nacht hier bei mir eingestellt so und mein haus müssen wir auch irgendwann mal fertig machen da steht da die ganze zeit so unfertig rum ist ja auch unschön wenn das unfertig ist ah so gut dann stellen wir das mal hier drauf so also mein tank kommt hier hin dann müssen wir das um switchen dass er das auch raus saugen kann und dann kommt hier und hier was hin dann legen wir das wieder zurück so und beide sollten jetzt anfangen meine bad box zu befüllen und sie tun es auch so dann müssen wir uns jetzt nur beeilen dass wir hier das hinstellen so und jetzt haben wir gar kein cobblestone äh gar kein stein komm geh mal her hier in schwarz kommt cobblestone ah gut ok der arbeitet jetzt hier fleißig und ja doch die bad box die sollte eigentlich ausreichen um das alles zu befüllen ja ja doch das passt die zwei generatoren die machen das auch voll und trotz dass hier alles soweit funktioniert ach aber hier genau der recycler der braucht auch noch meine overclocker upgrades ja ja richtig ach wie schade ich habe jetzt nur kein kein cobblestone mehr dass ich hier zu machen kann stellt euch vor ihr spielt minecraft und habt keine steine so gehen wir mal eine ecke die keiner sieht so hier und nehmen uns ein bisschen cobblestone aus der wand und warum nur um das zuzumachen dieses unansehnlich loch was wir da haben ja jo so moment ähm da cobblestone hua ja und irgendwann werde ich mich fragen mensch wo war denn meine energieversorgung und ich werde es nicht finden wahrscheinlich so aber hier kommt das hin oh nein jetzt habe ich hm wie doof meine cobblestone meine cobblestone äh sachen habe ich vergessen mitzunehmen meine transportpipes ach aber was ein glück dass wir eine werkbank hier stehen haben cobble 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 transportpipes brauche auch nicht viel so und zwar kommt erde nach blau damit hier nichts rein kommt so ok Ja, du hättest das aber direkt hier rüber ziehen können. Naja, gut, ist egal. Dann haben wir das aber so. Ja, perfekt. Und hier kommt dann also die Erde hin. Hier kommt dann der ganze andere Rest hin. Da ist die Erde versehentlich da noch reingekommen. So, hier können wir nochmal die Cobblestone reintun. Ja, und wie gesagt, hier brauchen wir dann den Overclocker-Upgrade. Unser Overclocker-Upgrade. Ja, schön. Also das scheint auch wunderbar zu funktionieren. Ja, und hier haben wir jetzt noch Platz, den wir gar nicht brauchen. Ja, und so könnten wir das auch wieder zumachen. Eigentlich, ne. Machen wir das auch. Dann passiert da nämlich nix. So, kleiner Raum, weniger Gefahr. Obwohl, bei mir muss das nix heißen. Ja, wie gefällt's euch? Schön geworden, oder? Der Recycler funktioniert. Ja gut, wie gesagt, hier kommen jetzt noch diese Overclocker-Upgrades rein. Hier müssen wir dann auch mal gucken, dass wir vielleicht noch, äh... Weiß nicht, vielleicht nehmen wir nochmal einen anderen Recycler oder so. Der dann andere Sachen parallel macht. Ich weiß es nicht. Mal gucken. So, und wenn wir dann auf jeden Fall so unsere ganzen Geräte fertig haben, wird das dann auch automatisch hier in meine, in mein System eingelagert. So, ne Doppelkiste voller, voller Sand, sollte auch genügen. Gut, was bringst du mir denn? Ah, guck mal, Lehm. Das ist ja schön. Und was haben wir hier? Besuch. Boom. So, haben wir hier noch Fackeln, haben wir. Vielleicht leuchten wir so ein bisschen aus, dass uns hier nix passiert, dass uns hier nix auf den Kopf fällt. Man weiß ja nie. Einfach nur zur Sicherheit. Ja, wieso klopfst denn du an die Tür? Ich bin noch hier vorne. Au. Keine Sorge, mein Freund. Ich komm schon. So. Ah. Gut. Und da haben wir noch so'n, noch'n Kollegen. Oh. Nicht, dass du ertrinkst. Pass, pass ja auf. Und hier haben wir noch so'n. Ach ja. Ist das schon fast langweilig, wenn mir nix passiert. Gut. Aber, wir haben unsere Zeit heute auch sinnvoll rumgekriegt. Und, ähm, ja. Hier funktioniert alles. Hier läuft alles. Das ist schön. Und wir werden jetzt, ähm, dann auch mal gucken, dass wir uns unseren Mass-Fabricator bauen. Ich glaube, das ist auch eine ganz sinnvolle Variante. Und dann, dass wir uns das raussaugen. Wo bauen wir den? Am besten unten bei uns im Keller. Da war ein Enderman. Ich hab' dich doch gehört. Na, komm her. Ja. Komm, trau dich. Komm, komm. Boah, hab' er gesagt. Oh, und was haben wir hier? Äh, super. Äh, super. So ne blöde Scherbe da. Ja komm, die Sounds können jetzt mal aufhören. Der Enderman ist weg. Schreit der mich hier an, der Sound? Und so, also gut, dann laufen wir mal zurück, den, ähm, der, äh, läuft ja jetzt hier fleißig vor sich hin. Wir fliegen zurück in unser Haus und in der nächsten Folge geht's dann weiter. Hier ist auch noch ein Enderman. Komm her. Komm, komm. Jetzt wird das bestimmt wieder so laut. Ja, komm. Och, jetzt haut der ab. Oh, sowas hasse ich ja an den Enderman, ne? Ja, komm. Boah, und dieser blöde Sound, der nervt richtig von diesen Enderman. Ach ja, dann hau doch ab. Mir doch egal. Gleich tauchst du eh hinter mir auf ein Haus, mich. Wie ich dich kenn. Fieser Hund. Jut. Haben wir hier noch was drin, was wir irgendwie verarbeiten können? Erstmal nicht, ne? Müssen wir warten. Ja, ah, hier haben wir noch ein bisschen davon. Also, das war's. In der nächsten Folge geht's dann weiter. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. 基 cooled. « Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.